Wir kommen zum nächsten Programmpunkt, zur nächsten Lesung. Und da hören wir jetzt jemanden, der einen Sprachwechsel hinter sich hat. Wir haben gestern mit einer Kollegin gelegen, sie ist heute hier, auch unter den Zuhörern, Gelegenheit gehabt, darüber zu sprechen. Weil doch es immer wieder, man immer wieder auf Kolleginnen trifft, die nicht in ihrer Muttersprache schreiben. Die es geschafft haben, die in ihrer Muttersprache begonnen haben, nach Österreich gekommen sind und dann eben den Übergang ins Deutsche genommen haben. Was ja alles andere als einfach ist, wie auch manche österreichische Emigranten es dann den Übergang in eine andere Sprache, einige wenige nur, geschafft haben. Und dann auf Englisch geschrieben haben. Kurzum, die Rede ist von Hüseyin Simsek, ich hoffe, ich spreche das Richtige aus. Der eine hohe, eindrucksvolle Zahl von Veröffentlichungen vorzuweisen hat. Ich muss sagen, wie ich schon eingangs eben angedeutet habe, ist der Abend, bietet der Abend eine Mischung von mir Vertrauten und mir neuen Stimmen. Und das ist für mich eine neue Stimme. Und ich möchte Sie bitten, noch vorzukommen und uns vorzutragen. Ich möchte Sie bitten, noch vorzutragen, dass Sie mit dieser Stimme haben. Guten Abend. Ja, das ist meine dritte Sprache. Ich lese, ich schreibe seit über 30 Jahren Türkisch, aber das ist auch nicht meine Muttersprache. Meine Sprache ist ganz klein. In Ostarmutlinien gibt es eine Volksgruppe, das heißt Sasaki. Aber ja, ich kann mit Sasaki auch schreiben, dann lesen, aber das ist sehr, sehr klein. Ich will mich gerne ein bisschen vorstellen. Zuerst vielen Dank an den Anima Kulturverein für die Organisation, diese Veranstaltung. Bis hier wurden 13 meine Bücher veröffentlicht. Fünf Romane, vier Geschichten, Bände und vier wissenschaftliche Bücher. Und drei davon wurden auch in Dolce-Ausgabe hergestellt. Eine wichtige Neuerung für mich war in diesem Jahr die Veröffentlichung eines Gedichtsbandes. Diese Gedichtsband ist mit dem Titel Dein Gesicht ist eine Wand, ist im Februar im Utopia Verlag erschienen. Das ist die türkische Version. Der Verlag ist in Ankara tätig. Wenn ich zurückblicke, gleicht mein Leben eine Migrationleiter. Ich wurde in einem Dorf ohne Schulen geboren. Mein Nomadenleben begann im Alter von sieben Jahren, weil ich zum Lernen zu einer Verwandten in das Nachbardorf geschickt wurde. Dieses Nachbardorf, der Landkreis, die Stadt Istanbul und die Stadt Regen. In meinen Gedichten kann man den starken Einfluss dieser Situation erkennen. Mein erster Gedichtband heißt »Mondlose Nächte kolonialer Städte«. Es besteht aus Gedichten über Bienenmigration. Mit der Ankunft in Wien erhält die Anwanderung neun Züge. Eine länderübergreifende und exilartige Migration. In den Gedichten dieses Buches werden Migration und Exil in ihre internationalen Dimension einherzogen. Aber die Menschen haben auch den Wunsch, im Rahmen ihrer eigenen Wahl in neue Länder zu reisen. Und deshalb enthält dieses Buch auch Gedichte, die den Wunsch beschreiben, in ein neues Land auszuwarten. In meinen Gedichten finden sich auch viele Bilder von Konflikt mit Städten. Ein Wanderer der Dichter begegnet in jedem neuen Land und jeder neuen Stadt den Möglichkeiten eines neuen Lebens. Aber auch die Tragödie der Trennung von seinen Wurzeln durch Assimilation erwartet desselben Dichter. Das ist meine Geschichte. Und jetzt möchte ich ein paar Gedichte aus diesem Buch aufgrund lesen. Ich war der Atem ein Rose. Ein Rose atmete mich. Ihr glaubt es nicht. Aber ich war der Atem ein Rose. In dem Moment, da mich die Rose atmete und verwelte, zwängte ich mein ganzes Leben hinein. Der Atem aller Rosen ist ein Kuss des Lebens. Ihr glaubt es nicht. Aber ich lebe es so. Voller Mund roch ich nach Rose. Als die Zeit kam, die meine Rose verwelte, blieb ich ohne Atem und Geruch zurück. Frag mich die Uhr nicht. Ich weinte deinetwegen eines Abends. Wie viel der Maske fiel von deinem Gesicht. Hunderte Bedeutungen verschwanden aus deinem Augen. Frag mich die Uhr nicht, wo dein Gehirn so offensichtlich ist. Rückwärts zählt mein große Zeige. Wenn es darum geht, zum Anfang zurückzukehren, kehre ich zurück in den Leib meiner Mutter. Ich schlucke jedes Wort, was ich sage. Und ich vergesse das Alphabet bis auf den ersten Buchstaben. Ach, Geliebte, zieh einen Strich über meinen Namen. Ich bin nicht bestimmt für dein neues Namensverzeichnis. Dass du gehst, ist so offensichtlich. Frage also nicht noch ständig nach der Uhr. Tag siehre mich nicht und nimm von mir deinen Blick. Der trifft wie ein Kugelnicht. An deinem Herzschlag kannst du finden den passenden Augenblick. Mein großer Zeiger läuft zurück, der Kleine, ein ankommender Verriefer. Dass du gehst, ist so offensichtlich, also leid nicht. Gut, dein letztes Gedicht. Klatscht nicht. Es reicht, dass ihr uns zu Heldentag verurteilt. Klatscht nicht. Man kann das Leben wie ein Spiel leben, sagt er. Wieder und immer habt ihr Mistverstanden. Ihr tut so, als ob ihr lebt. Aber alles, was ihr tut, ist ein Spiel. Klatscht nicht. Eure vertrocknete Körper sind auch unsere Durst. Aber klatscht nicht. Knochenstimmen erheben sich von euren erhitzen Händen. Unser längstes und erdrückendes Schweigen kann gleich nach euren größten Vertausch rücken. Klatscht nicht. Hört ihr auf mit dem Applaus. Wir laufen nicht zum Sieg. Lass uns diesmal nicht falsch liegen. Machen wir eine Ausnahme für unsere Geschichte. Los! Diesmal dürfen wir nicht besiegt werden. Kratzt uns von den schimmligen Falten eurer Gehirne ab. Falls wir der Abfall eurer Herzen sind, leert sie aus. Leert sie aus. Ein größeres Gefängnis als das in euren Köpfen haben wir nicht gesehen. Möget ihr an einer Krankheit leiden, die vergessen heißt, schweigt und klatscht nicht. Dankeschön. Kratzt. 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 Bis zum nächsten Mal.